Der Morbus Crohn ist eine der beiden chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Die andere ist die Chonditis ulcerosa. Der Morbus Crohn ist charakterisiert dadurch, dass er den gesamten Magen-Darm-Trakt vom Mund bis zum After befallen kann. Betroffen sind sehr häufig junge Patienten zwischen 20 und 30, die an einer chronischen Durchführerkrankung und Bauchschmerzen leiden. Dieser Entzündungsprozess ist chronisch und gehört von Expertenhand behandelt. Denn die Therapie ist eine sehr individuelle Therapie, die zwischen Arzt und Patient abgestimmt werden muss.